So, wir sitzen hier mit Verstärkung. Absolut. Wer sind Sie und warum sitzen Sie hier bei uns? Das ist Lisa, das ist der Anton. Sie besuchen die erste und zweite Klasse. Und das hier ist der Mies, der darf in den Kindergarten mitgehen. Darfst du? Ja. Super. Und was machen Sie im Kindergarten? Es ist so, dass ich die Methode vom Puppenspiel gewählt habe, um über digitale Medien zu sprechen. Das hat damit zu tun, dass sich die Kinder viel besser mit den Puppen identifizieren können als mit mir. Also wenn mir etwas passiert in den Medien, finden die Kinder das nicht so schlimm. Aber wenn auch Nils etwas passiert oder Amanda oder Lisa, dann können sie sich viel besser identifizieren. Ja. Genau. Willst du mal kurz erzählen, was passiert? Ja. Also weisst du so, die Bürotüren waren offen und dann gehe ich halt an die Computer. Weisst du so? Und dann mache ich so. Bäm, 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 bäm. Allein? Ja. Genau. Und das ist dann das, warum ich etwas verrückt bin auf dich, gell? Ja. Das habe ich nicht gerne, wenn man mich nicht fragt. Und im Computer hat es ja auch Sachen für Erwachsene oder im Handy oder Tablet. Und darum will ich nicht, dass Nils einfach daran geht, gell? Ja. Genau. Und abgesehen davon, du machst noch ganz viel anderes gerne. Ja. Gell? Was nicht mit Medien zu tun hat, gell? Genau. Da können wir ja vielleicht später mal ein paar Sachen erfahren. Was ist, also heisst es, dass jede Figur hat für sich eine Geschichte oder Themen? Also das ist ja der Nils. Das zwei sind übrigens Zwillinge. Ah. Also sie sind Geschwisterte. Und sie haben zusammen eine Geschichte, die sie erzählen. Beziehungsweise, er macht eben ein Foto von Lisa in einer Situation, wo sie etwas macht, was nicht erlaubt ist. Ja. Und sie sagt dafür, aber wenn er das Foto zeigt, dann erzählt sie auch, dass er etwas geglaubt hat, was er nicht hätte sollen und was ihm übrigens Angst gemacht hat. Mhm. Und es geht ja natürlich auch darum zu schauen, dass er nicht mehr so Angst hat. Und dass wir aber auch eine Lösung für Lisa finden. Okay. Und du hast von Zyklen gesprochen. Mhm. Das heisst, Zyklus 1 verstehe ich einfach mit Kindergarten bis zur zweiten Klasse. Richtig. Genau. Super. Ja. Ja. Kannst du noch etwas sagen? Juhu. Sehr gut.